Als ich das gesehen habe, dann dachte ich mir halt so einfach, das muss ich auch machen. Also da komme ich nicht dran vorbei, das will ich unbedingt machen. Also ich bin Thayer, 21 Jahre alt, wohne in Konstanz, das ist im Süden von Deutschland. Ich mache jetzt gerade Fulltime-E-Sports. Also bei mir war das so, ich habe Ende Season 4 mit League of Legends angefangen und dann waren auch an diesem Jahr die Worlds. Und da habe ich die Finals gesehen, da war das in einem ganz großen Fußballstadion. Und als ich das gesehen habe, dann dachte ich mir halt so einfach, das muss ich auch machen. Also da komme ich nicht dran vorbei, das will ich unbedingt machen. Vor ungefähr zwei Jahren habe ich dann mit einem Kumpel ein Team aufgemacht. Dann haben wir auch so Turniere gespielt und dann kam es halt irgendwann dazu, dass wir dann halt in Prime League Qualifiers gespielt haben. Dann haben wir uns qualifiziert und dann haben uns halt eine Organisation angeschrieben, ob wir dann nicht für die spielen wollen. Und so kam das dann halt alles ins Rollen. Also Vorbild direkt hatte ich nicht, würde ich sagen. Das war dann eher so, dass ich einfach so begeistert war, wie krass die Leute das abfeiern, nur weil das ein Computerspiel quasi ist und wie professionell das alles da ist. Wieso ich jetzt Lust drauf bekommen habe, das war einfach nur, hat super zu mir gesprochen. Mein Tagesablauf ist, ich habe immer alles gerne so ausgelegt oder so organisiert. Zurzeit stehe ich auf. Ich mache so Wrist-Stretches, also Langlebigkeit für meine Handgelenke und so. Das ist super wichtig. Ich glaube, das wird mega hart unterschätzt. Dann gehe ich mich in-game aufwärmen. Dann habe ich letztens hinzugefügt, dass ich noch 10-15 Minuten meditiere, weil das mit der Zeit auch sehr stark aufs Mäntel geht, auf die Psyche. Ich mache das jetzt schon ungefähr so zwei Wochen oder so, das hilft super. Dieses typische, stereotypische Bild von Gamern, dass die so den ganzen Tag nichts machen, dass sie nicht auf ihre Gesundheit achten, dass sie alles andere vernachlässigen und so. Und das möchte ich halt auch mit der EPF natürlich verändern. Wenn du darauf achtest, was die anderen Leute, die nicht so viel Ahnung haben von E-Sport, darüber reden, dann ist es halt meistens zu einem leicht negativen Licht. Aber ich glaube, das ist halt ein Ding, was sich in der Zukunft, also nicht in allzu ferner Zukunft, ganz schnell ändern wird. Und dazu will ich halt auch beitragen.